Hier ist der Anrufbeantworter von Ella Meininger. Ich bin im Moment nicht zu erreichen, aber bitte hinterlassen Sie mir eine kurze Nachricht nach dem Piep. Ich rufe dann zurück. Danke. Sven Stöter, Pflegedienstleitung. Hallo Frau Meininger. Sie hatten sich ja bei uns um die Pflegekraftstelle beworben. Falls Sie noch Interesse haben, melden Sie sich doch bitte. Wir können dann einen Termin abstimmen. Vielen Dank. Hallo. Ich müsste zum Herrn Schlüter. Wo finde ich den? Interessant. Stellvertretende Pflegedienstleitung, kaufmännische Zusatzausbildung, EDV-Kurse, Ambulanzerfahrung. Ja, natürlich sind in unserem kleineren Betrieb auch andere Dinge gefragt. Natürlich. Ganz banale wie Pünktlichkeit, Zeitmanagement. Klar. Toleranz. Und das heißt auch Konfliktfähigkeit. Guten Morgen. Verstehe. Und natürlich Belastbarkeit. Sicher, das bin ich gewohnt. Gut. Wann könnten Sie denn bei uns anfangen? Also, dass für Sie okay ist, sage ich Ihnen nächste Woche bescheuert. Also, wenn Sie wollen, so in drei Wochen. Wann könnten Sie denn anfangen? Sofort.